Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Blindnieten hier richtig setzen kannst, dass du danach wirklich eine schöne Verbindung hast und zum Beispiel zwei Bleche richtig aneinander halten. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Solche Blind- bzw. Popnieten werden hauptsächlich für Blecharbeiten verwendet. Hier ist einfach der Vorteil, das Ganze geht relativ schnell, du bekommst eine unlösbare Verbindung zusammen und wenn du zum Beispiel von hinten an ein Blech nicht mehr richtig hinkommst, heißt, du kannst keine Schraube durchdrehen und von hinten dann mit einer Mutter das Ganze kontern, dann ist dieses Zeug hier wirklich perfekt, denn du musst nur von einer Seite hinkommen und danach hast du eine schöne Verbindung. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal anhand von diesen zwei drinnen Blechen hier und diese zwei möchte ich einfach zusammennieten. Jetzt erst einmal die richtige Blindniete auswählen, das ist bei mir jetzt die rechts, einfach die größte, dann einmal schauen, wie groß das Ganze eigentlich ist, du kannst sehen 4,7 mm und dann müssen wir einfach mal die nächstgrößeren Bohrer verwenden. 4,7 mm heißt, ich nehme jetzt einfach mal den 5 mm Eisenbohrer. Die zu nieten der Stelle am besten einfach mal mit einem Bleistift markieren und dann das Ganze vorkönnen, um nun schön durchbohren zu können. Nun das Ganze mit einem Kegelsenker noch etwas senken, dass die Popniete danach auch wirklich schön bündig ist, das reicht jetzt auch schon. Und dann einmal das richtige Mundstück hier vorne auf deine Niedzange draufdrehen. Hier, jetzt bei mir zum Beispiel die große Blindniete, passt hier perfekt rein. Wenn ich jetzt hier noch eine kleinere verwenden würde, dann müsste ich einfach hier ein anderes Mundstück hier vorne draufschrauben, dass das Ganze passt. Danach den Hebel hier von deiner Blindnietzange mal ganz öffnen, dann die Blindniete hier vorne nehmen, das Ganze reingeben und schauen, dass es wirklich bündig hier in deiner Blindnietzange drin ist. Danach nehmen wir die Blindnietzange mit der Blindniete und geben hier den Schaft vorne durch die Bohrung durch und pressen das Ganze einfach mal gegen das Blech hier unten. Jetzt deine Blindnietzange mal senklich zum Material halten, hier vorne auf dem Kopf immer noch etwas Druck ausüben, dass das Ganze wirklich schön auf das Material wirkt. Und nun können wir auch schon unsere Blindnietzange zusammendrücken. Das geht meist etwas streng. Und bei mir ist es jetzt schon geploppt. Es kann sein, dass du am Anfang erst nach unten drücken musst, dann nochmal ganz auf und noch einmal drücken. Immer natürlich vorne noch etwas Druck draufgeben auf das Material, doch dann hörst du es meistens ploppen und das Ganze hier sollte schön verbunden sein. Dann einmal den Hebel hier öffnen, das Ganze umdrehen und durch etwas schütteln, wie du sehen konntest, fliegt der Nieddorn, der wo abgebrochen ist, so wie es sein soll, auch schon wieder raus. Und somit haben wir jetzt auch schon hier eine Blindniete schön sauber eingesetzt und das Ganze hier sitzt wirklich bombenfest und lässt sich einfach nicht mehr lösen. Wenn du nun so eine Blindniete übrigens wieder entfernen möchtest, dann einfach wieder denselben Bohrer hernehmen, den wir davor auch schon zum Bohren hier verwendet haben, das Ganze einmal oben ansetzen und einfach durchbohren. Und wie du sehen kannst, habe ich jetzt wieder meine zwei losen Bleche mit diesen zwei Bohrungen hier. Solche Blindnieten hier und vor allem auch diese Blindnietzange kann man zu Hause wirklich immer gebrauchen. Und wenn du dir das Ganze zulegen möchtest, dann am besten über Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geschickt und du musst dich extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.